So, meine Damen, meine Herren, das Schnapsbänken fährt nach dem Brühstück wie gewohnt. Das fährt jetzt erst dreimal hin und her, damit der Geruch des Schnapses in die Nasen zieht. Und beim dritten Mal, fangen wir da unten an, kann abgenommen werden. Junge, grab Gas. Das ist zu schnell jetzt. Ich muss schwer kämpfen. Hättest du für euch gelohnt? Ich muss ein Rode Schild dran. Rode Schild, die muss da dran, ja. Rode Schild, die muss da dran, ja. Ja, das ist so. Drei Mal hin und her, damit der ist schon. Ja. 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 Jetzt du, halb mit dabei, muss ich gerne mal in die Nähe sein. Ich muss nur mal ausgetauscht werden. Ja, gut. Ich muss nur mal ausgetauscht werden. Ja, gut. Ich muss nur mal ausgetauscht werden. Ich muss nur ausgetauscht werden. Ja. Ja, gut. Gut! Gut! Jawohl! 17 cm ist es noch! Nein, oder? Das ist Gewicht gewesen! Du hast doch mal hier unten Ja! Absolut! Ja! 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 Aber jetzt darf abgenommen werden! Bärwurz! 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 Ja! Bärwurz! Ja! 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 Das war's gut.